Die geheimnisvolle Tür von Tim Time 2. Dezember Ich glaube, bei mir wohnt ein Wichtel. Warum ich das glaube? Gestern Morgen sah ich in meiner Wand direkt am Boden über der Fußbodenleiste ein kleines, feines, rechteckiges Loch. Man mag es kaum glauben, aber in ihm steckte in winzigen, silbernen Angeln eine kleine, braune Holztür, an der ein winzig, kleiner Kranz aus grünen Zweigen hing. Von der Tür an der Fußbodenleiste hinunter zum Boden führte, und jetzt wirkt es fast schon unglaubwürdig, eine winzig, kleine Leiter, deren Streben und Sprossen so dünn wie Zahnstocher waren. Und zu Fuße dieser Leiter stand zu guter Letzt ein winzig, kleines Tannenbäumchen, welches mit winzig, kleinem Schmuck verziert war. Ich war völlig sprachlos. Wie konnte das nur sein? Wie war es möglich, dass ein Wichtel sich in meiner Wohnung eine Wohnung baute? Dachte er, ich würde ihn nicht direkt in meiner Wohnung aufnehmen, oder traute er sich nur nicht, mich zu fragen? Nachdem ich etwa einen halben Tag lang unschlüssig gewesen war, was ich nun unternehmen sollte und mich kaum auf etwas anderes konzentrieren konnte, klopfte ich am späten Nachmittag gegen das kleine Türchen. Die Position war nicht die bequemste. Ich kniete auf dem Boden und musste dennoch mit dem Kopf so weit nach unten gehen, dass mein Kinn fast den Boden berührte. Ich wollte nämlich nicht von oben auf den Wichtel herabschauen. Das könnte womöglich furchteinflößend wirken. Doch wie sich herausstellte, waren diese Überlegungen überflüssig, denn der Wichtel öffnete ohnehin nicht. Das konnte verschiedene Gründe haben. Entweder er schlief und hörte mich nicht, oder er war gerade anderweitig beschäftigt. Oder aber er hatte zu große Angst vor mir. Ich überlegte also fieberhaft, wie ich dem kleinen Kerlchen klar machen konnte, dass es hier absolut willkommen war. Aber gerne könne der Wichtel mit mir gemeinsam leben, speisen und Tee trinken. Es wäre mir sogar eine Ehre. Ein echter Wichtel, der die Weihnachtszeit bei mir verbrachte. Bei mir. Diesem Typen, der niemanden interessierte. Der einfach nicht auffiel. Zu guter Letzt tat ich das Naheliegendste. Ich schrieb auf ein kleines Zettelchen, welches ich anschließend vor der Tür des Wichtels platzierte, dass ich mich freuen würde, wenn er mir Gesellschaft leistete. Ich achtete sorgfältig darauf, dass es die Tür nicht drohend versperrte, sondern einladend am Fuße der Treppe lag. Aber dennoch so, dass man noch daran vorbeigehen konnte. Schließlich wollte ich auch nicht zu aufdringlich wirken. Erst als ich mit der Position des Briefes absolut zufrieden war und keine Sekunde früher, zog ich meinen Schlafanzug an, putzte mir die Zähne und begab mich ins Bett. Gespannt auf den nächsten Morgen schloss ich die Augen, als mir plötzlich ein neuer Gedanke kam. Was wäre nun, wenn der Wichtel gar nicht unsere Sprache spräche? Dann würde er meinen Brief finden und womöglich nicht nur kein einziges Wort verstehen, sondern zu allem Übel auch noch annehmen, ich wolle ihm zu verstehen geben, dass er hier nicht willkommen sei. Wenn ich nicht einmal eine Sprache nutzte, die er verstand, dann würde er sich nur darin bestätigt sehen, was er offensichtlich eh schon vermutete. Ich hatte also keine andere Wahl, als wieder aufzustehen und den Brief zu überarbeiten. Da ich aber natürlich keinen blassen Schimmer hatte, welche Sprache der Wichtel verstehen würde, entschied ich mich dafür, Bilder zu malen. Bilder sind sowieso viel schöner. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Menschheit sich darauf geeinigt hatte, hässliche Buchstaben oder Schriftzeichen zu benutzen, wenn man sich auch mit Bildern wunderbar verständlich machen kann, die dem Gegenüber meist auch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das sogar auf der ganzen Welt. Ich überlegte, was ich malen könnte. Die erste Idee umfasste ein Bild der durchgestrichenen Tür des Wichtels. Aber ich überlegte, dass das wahrscheinlich eher dazu führen würde, dass dieser ganz aus dem Gebäude auszog, als dass er verstand, dass ich ihn statt in der Wand bei mir im Zimmer haben wollte. Ich hatte noch ein paar mehr Ideen, die vermutlich missverständlich rüberkämen, und so langsam verstand ich, warum sich die Bildsprache nicht durchgesetzt hatte. Aber schlussendlich malte ich mich, wie ich mit weinendem Gesicht an die Tür des Wichtels klopfte und daneben meinen Tisch, wie wir gemeinsam mit Lachen Damine Tee tranken. Ich wusste natürlich nicht, wie der Wichtel aussah, aber ich hoffte einfach, dass er sich angesprochen und nicht etwa beleidigt fühlen würde, angesichts des Bartes, den ich ihm angedichtet hatte, der aber vielleicht ja gar nicht vorhanden war. Aber da kam mir plötzlich ein Gedanke. Was, wenn der Wichtel gar kein Wichtel, sondern eine Wichtelin war? Gab es das Wichtelinnen? Oder vielleicht war es eine Elfe? Wie auch immer, es war gut möglich, dass er eine Sie war. Ich überlegte, wie ich ein Bild von jemandem malen sollte, von dem ich nicht wusste, was es war. Nicht einmal, ob es männlich oder weiblich war. Ich wusste ja gar nichts über das Wesen in der Wand. Ich hatte also eine ganz besonders harte Nuss zu knacken. Wenn er eine Sie war, ich aber einen Er malte, würde sie sich dann angesprochen fühlen? Vermutlich. Aber wenn ich nicht wusste, was es war, ich mich also für eine Gestalt entscheiden musste, konnte ich natürlich genauso gut eine Elfe malen. Und da ich ohnehin noch Lust hatte, weiterzumalen, tat ich das auch. Das fertige Werk legte ich wieder auf die gleiche Stelle am Fuße der Treppe wie eben. So, dass man es gut sah, es aber auch, wie ich hoffte, weder bedrohlich noch aufdringlich wirkte. Als ich nun endlich im Bett lag, dachte ich noch lange über die Tür nach und wem ich möglicherweise in den nächsten Tagen begegnen würde. Und darüber schlief ich ein. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wieder einen schönen Traum. In den letzten Jahren hatte ich fast nie geträumt und wenn, dann waren die Träume langweilig. Manchmal auch ganz und gar böse. Vermutlich hatte ich solche Träume nicht öfter als andere. Aber die guten, die fehlten. Doch in dieser Nacht hatte ich einen guten. Zwar hatte ich, wie es einem so oft passiert nach dem Aufwachen, keinen blassen Schimmer, wovon ich geträumt hatte. Aber das Gefühl war noch da. Das wohlig warme Gefühl, das einen umfasst, nachdem man einen guten Traum hatte. Für gewöhnlich verließ einen das Gefühl wieder, sobald einem klar wurde, dass man nur geträumt hatte und die Realität vollkommen anders aussah. So war es an diesem Tag nicht. Nachdem ich gefrühstückt und Zähne geputzt hatte, war das Gefühl immer noch da. Als wäre durch den Traum eine wohltuende Energie in mich gefahren. Vielleicht ist dem einen oder der anderen aufgefallen, dass ich nach dem Aufwachen ganz vergessen hatte, nach dem Brief vor dem Türchen zu schauen. Das hatte ich jedoch nicht. Ich wollte nur zunächst das Thema des Traumes abschließen, da ich vermute, es könne mit der ganzen Sache zu tun haben. Selbstverständlich war das Erste, was ich tat, nachdem ich vollends aufgewacht war, nach der Tür zu sehen. Der Brief war tatsächlich fort. Aber es waren auch keine Spuren zu sehen, die darauf hinwiesen, dass er irgendeinen Nutzen gehabt hätte. Die Tür war unverändert und verschlossen. Nun ja, möglicherweise musste ich mich nur ein wenig gedulden. Ich beschloss also, den Rest des Tages vor der mysteriösen Tür zu warten und sie nicht aus den Augen zu lassen. Das klappte einige Zeit ganz gut. Ich bin ein geduldiger Mensch und wenn ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch. Doch nach zwei Stunden, in denen nichts passiert war, beschlich mich plötzlich hatte ich das Gefühl, und ich habe keine Ahnung, woher dieses Gefühl gekommen war, dass ich vielleicht doch einmal nach draußen gehen sollte. Vielleicht könne ich einfach eine Runde um den Block drehen, ein kleiner Adventsspaziergang sozusagen. Eigentlich ein merkwürdiger Begriff in dem Fall, da es noch absolut nicht adventlich war. Es hatte diesen Winter noch nicht einmal geschneit. Dennoch aus einem unerfindlichen Grund zog es mich nach draußen, so stark, dass ich sogar das Türchen vergaß. Fünf Minuten später trat ich vor die Tür des Hauses und beim Anblick dessen, was ich da sah, blieb ich erst einmal stehen und staunte. Es ist gerade zwölf Uhr und ich bin mir sicher, dass heute Morgen, als ich um neun aufgestanden bin, noch keine einzige Schneeflocke unterwegs gewesen war. Und dennoch war nun alles weiß. So viel Schnee lag dort, dass ich die Tür des Hauses kaum aufbekam. Und es schneite immer noch. Und ich hatte es den ganzen Vormittag über nicht mitbekommen. So verwundert ich auch war, so sehr freute ich mich aber auch. Schnee gehört zum Advent dazu und ich war die letzten Jahre sehr traurig gewesen, dass es an Weihnachten nicht geschneit hatte. Ich sprang also mit entsprechender Freude hinaus in den Schnee, indem ich fast bis zu den Füßen versank und spazierte los. Wobei Spazieren vielleicht nicht das richtige Wort ist, da ich vielmehr stapfte. Ich freute mich über die Stille in der winterlichen Luft und über das Knirschen des Schnees unter meinen Füßen. Da bog ich um eine Ecke, hinter der ein Mann im Schnee saß. Er war wahrscheinlich Anfang Mitte 20, also knapp zehn Jahre jünger als ich und sah aus, als würde er frieren. Ich fragte mich, warum er dort saß. Natürlich war mir klar, dass es sich vermutlich um einen Obdachlosen handelte, der kein Zuhause hatte, aber es erschloss sich mir nicht, warum er sich nicht ein schöneres Plätzchen ausgesucht hatte, als diese Hauswand direkt an der großen Straße. Vielleicht im Park um die Ecke oder zumindest ein Haus, das nicht so schäbig aussah. und das fragte ich den Fremden jetzt. Er sah mich an, erst verblüfft, dann zuckte sein Mund zu einem kaum erkennbaren Lächeln. Ich könnte dich das Gleiche fragen. Warum sollte jemand an einer solchen großen Straße spazieren gehen? Woher willst du wissen, dass ich nicht einkaufen gehe? fragte ich nun verblüfft. Das Lächeln des Obdachlosen wurde etwas breiter. Ich sitze den lieben langen Tag irgendwo rum und beobachte die Menschen. Da fallen einem nach einiger Zeit Dinge auf, die anderen nicht auffallen. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Leuten, die Erledigungen machen und solchen, die nur spazieren gehen. Ach, sagte ich interessiert, und was fällt einem da sonst noch so auf? Der Fremde schwieg kurz. Dann sagte er, dass Menschen extrem unterschiedlich ticken. Die einen gehen an mir vorbei, weil sie mich nicht sehen, die anderen, weil sie mich nicht sehen wollen. Vielleicht, weil es ihnen unangenehm ist. Wieder andere gehen mit Verachtung im Blick vorbei, manche mit Mitleid. Hin und wieder wirft jemand im Laufen Geld vor mich. Ganz selten gibt er es mir. Dass jemand stehen bleibt und mit mir redet, passiert quasi nie. Noch nie, allerdings hat mich jemand gefragt, warum ich mir nicht einen schöneren Platz ausgesucht habe. Was fragen die Leute denn dann? wollte ich wissen. ob mir kalt ist oder ob ich Hilfe bräuchte und so. Das sind ja dämliche Fragen. Der andere lachte und ich merkte, dass es das erste, echte Lachen seit einer langen Zeit sein musste. Ich konnte richtig sehen, wie es seinen Körper ein wenig auftaute. Ich schwieg kurz. Dann sagte ich, ich wollte gerade ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen. Das war keine Lüge. In eben jenem Moment war ich tatsächlich auf diese Idee gekommen. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Dann kaufen wir uns was Schönes und danach kannst du gerne noch mit zu mir nach Hause kommen. Ganz kurz sahen wir uns an. Dann stand der Mann auf. Ich heiße übrigens Andy, sagte er. John, erwiderte ich. Dann gingen wir einkaufen. 23. Dezember Andi war tatsächlich auch noch mit zu mir nach Hause gekommen und wir kochten uns, nachdem mein neuer Freund ein ausführliches Bad genommen hatte, einen leckeren Erbseneintopf. An diesem Abend hatte ich einmal für einen winzigen Augenblick das Gefühl, etwas vergessen zu haben, konnte es aber nicht ganz greifen. Es war etwas Wunderschönes. Das spürte ich, aber ich beschäftigte mich nicht allzu lange damit, da ich ja nun einen tollen neuen Mitbewohner hatte. Im Laufe des Abends stellte sich heraus, dass Andy ursprünglich Raumausstatter hatte werden wollen, bevor seine Eltern ihn mit 17 vor die Tür gesetzt hatten und er auf der Straße leben musste. Er konnte mir prima helfen, die Weihnachtsdekoration aufzuhängen, die wir gemeinsam gekauft hatten und räumte mal eben meine gesamte Wohnung um. Bei dieser Aktion hatte ich immer wieder die eigenartige Besorgnis, dass wir etwas übersehen könnten. Mir fiel aber nicht ein, was. Kurze Zeit später hat Andy es sogar geschafft, eine Ausbildung zum Raumausstatter anzufangen. Ich habe mich so gefreut, weil er sogar geweint hat, als er die Zusage bekam. Das Tolle an Andy ist, dass man mit ihm reden kann, wie mit sonst niemandem. Die Gespräche mit ihm sind simpel und trotzdem so tief. Oder gerade wegen dieser Einfachkeit? Weil man nicht alles zerdenkt? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit Andy rede, wird es nie langweilig. Heute haben wir einen Tannenbaum gekauft, in unserer Wohnung aufgestellt und geschmückt. Ich bin sehr zufrieden mit Thomas, so haben wir unseren Baum genannt. Wir alle drei können es kaum erwarten, morgen Weihnachten zu feiern. Zumindest denke ich, dass Thomas sich auch freut. Sagen kann er es ja nicht. Zumindest nicht mit einem Mund und in Worten. Aber ich finde, sein Glitzern spricht für sich. 25. Dezember Das Fest gestern war tatsächlich wunderschön. Andy hat mir ein paar super flauschige Socken geschenkt und ich ihm einen Pullover. Heute Nacht hatte ich einen sehr schönen, aber auch merkwürdigen Traum. Ich träumte dass in der Wand meiner Wohnung plötzlich eine winzig kleine Tür war. Sie war verziert und sah aus, als ob jemand sehr Kleines dort wohnen würde. Ich erinnere mich noch an die Aufregung, in die mich diese Tür im Traum versetzte. Ich spüre selbst jetzt noch die Magie, die sie mich hat fühlen lassen. Aber jetzt kommt das Merkwürdige. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass diese Tür wirklich da gewesen war, also in der Realität. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich habe die ganze Wohnung durchsucht, sie aber nicht mehr gefunden. Ich bin mir nicht mehr und ich bin mir Ich bin mir geflogen. Ich bin mir